Stoni TV, Bavarian Race, Schwabach, Sonntag, 6. August 2017, drittes Krimier, zweite Runde. Und die beiden spielen heute schon zum zweiten Mal gegeneinander. Beim ersten Mal war es hauchdünn und auch etwas glücklich für den Matthias Ullrich. Fünfter Satz, Verlängerung. Mal sehen, wie es jetzt ausgeht, Matthias Ullrich. Also mit einem blau-schwarzen Trikot. Koba Cup-Fans kennen nehmen hier als Topspieler im Koba Cup. Und links Jonas Schlegel. Wie gesagt, die erste Zusammentreffen heute war eine Art Unentschieden mit glücklicherem Ende von Matthias Ullrich. Ich schau mal, wie es hier ausgeht. Müll, müll. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.